Dann muss ich jetzt richtig boxen, oder wie? Aha. Ja, du führst einfach richtig die Schlagbewegung aus. In dem Ding hier ist ein Sensor und der überträgt die Bewegung dann auf deine Figur im Spiel. Geil. Ja, ist der Hammer, wie das funktioniert. Mach noch die Schlaufe ins Handgelenk, dann kann er dir nicht aus der Hand rutschen. Dann tust du dir ja noch weh. Okay. Fertig? Okay, dann geht's jetzt los. Round one. Fight! Nee, so leicht kommst du nicht durch meine Deckung. Tja, Hammer, wie das funktioniert. Sag ich doch. Achtung. K.O. Geil, oder? Hammer.